Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir wollen Greek Memories of Azur mal anzocken, für die PS5 von Team 17. Komm her, Dicker. Ich mach mal das weg, wir wollen uns ja nicht so viel, wir wollen ja nur vom Spieleindruck, aber ich muss erst mal Deutsch. Audio. Musik. Eons have passed, since the threat fell north of Malaysia, in the unexplored lands of Asia. From that moment on, and without any cause, some beings appeared, called Kuri. They brought new light. Springen wir mal. Ich kann gerade sowieso nicht lesen, weil der dicke Kater hier davor ist. Oh Gott. Vier Ecke ist schlagen, Dreieck ist eine Rolle, Drei ist das nächste, X ist springen. Doppelsprung kann er auch. Irgendwie Energie sammeln oder so? Schlafen wir mal ein bisschen... Pingen lassen? Wir können mal ein Brot essen oder so. Okay. Armburst. Aber erklärt wird es gut. Oh, da war ein Vieh, das hätte ich nicht gesehen. Oh, da war ein Vieh, das war ein Vieh. Oh, da war ein Vieh. Oh, da war ein Vieh, das war ein Vieh. Oh, da 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 war ein Vieh. also ich kann gar nicht schlagen ok die müssen wir retten ach ich kann diese Steuern ja 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.